Hallo Youtube, heute bauen ich meinen Freilauf von meinem neuen Laufrad, der Swiss. Das heisst, beim jetzigen Freilauf habe ich ein 3-Pol-System, das ich jetzt auf Star Ratchet umbauen. Heute ist das Päckchen gekommen, sehr geil. Das wären die hier, alles was ich brauche für den Umbau. Mal schauen, ob das geht. Ich denke es sollte eigentlich schon geben, als ich im Internet gelesen habe, die 350er Freilauf von DT Swiss. Können wir eigentlich einfach so umbauen. Also an demnächst, viel Spass mit dem Video. Die 3-Pol-System. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.